willkommen im tempel von kom ombau einem der faszinierendsten und einzigartigsten antiken orte ägyptens der tempel liegt am ufer des nils etwa 45 kilometer nördlich von assuan und ist ein absolutes muss für alle die die geschichte des alten ägyptens erkunden der tempel von kom ombau ist bekannt für sein ungewöhnliches design da es sich um einen doppeltempel handelt der zwei göttergruppen gewidmet ist auf der einen seite haben wir sobeck den krokodilköpfigen gott der mit fruchtbarkeit und dem nil in verbindung gebracht wird auf der anderen seite steht horus der falkenköpfige gott der beschützer der könige und symbol der göttlichen königtum diese doppelte widmung macht den tempel besonders einzigartig da er symmetrisch mit zwei eingängen hallen und heiligtümern gebaut wurde um beide götter gleichermaßen zu ehren dies spiegelt den alten ägyptischen glauben an gleichgewicht und dualität wieder der tempel wurde während der ptolemäischen zeit um 180 verkritte erbaut erbaut wobei später teile von den römern hinzugefügt wurden wenn sie den tempel betreten werden sie die erstaunlich gut erhaltenen reliefs und hieroglyphen bemerken viele der wände zeigen szenen in denen die götter mit den pharaonen interagieren und ihnen schutz und segen gewähren sie finden auch szenen die sich auf medizinische praktiken beziehen darunter ein relief das antike chirurgische instrumente zeigt was besonders faszinierend für diejenigen ist die sich für das medizinische wissen der damaligen zeit interessieren wenn wir weiter ins innere gehen können sie den innenhof des tempels sehen der einst große säulen beherbergte die detaillierten schnitzereien an diesen säulen sind beeindruckend und erzählen geschichten aus der ägyptischen mythologie wenn sie nach oben schauen werden sie ebenfalls feststellen wie kunstvoll die decken graviert sind jede ecke dieses tempels birgt eine entdeckung von geschichten aus dem alltag bis hin zu heiligen ritualen einer der faszinierendsten aspekte von kom ombo ist seine verbindung zu den nil krokodilen die alten ägypter glaubten dass sobek der krokodilgott für die fruchtbarkeit verantwortlich war die durch die jährliche nilflut gebracht wurde in der antike lebten krokodile in den gewässern um den tempel und die priester kümmerten sich um diese kreaturen und verehrten sie wenn sie das nahegelegene museum besuchen werden sie mumifizierte krokodile sehen die erhalten und verehrt wurden was ein beweis für ihre bedeutung in der alten religion ist ein weiterer enzigartiges merkmal von kom ombo ist sein milometer das sie heute noch sehen können dies war ein gerät das verwendet wurde um den wasserstand des nils zu messen was für die landwirtschaft und das verständnis der kommenden flutsaison von entscheidender bedeutung war die alten ägypter waren stark auf die überschwemmungen des nils angewiesen um ihre ernten zu erhalten daher war es für das überleben von entscheidender bedeutung die höhe des flusses genau zu messen trotz seiner schönheit und bedeutung wurde der tempel im laufe der zeit teilweise zerstört hauptsächlich durch die erosion des nils und erdbeben doch vieles davon steht noch heute so dass die besucher einen eindruck von seiner früheren pracht bekommen wenn sie durch diesen tempel gehen spüren sie die ruhige atmosphäre der geschichte die sie umgibt es ist ein ort der die zeit überdauert hat und zeuge unzähliger rituale gebete und momente der hingabe war kom ombo ist nicht nur ein tempel es ist ein fenster in das religiöse landwirtschaftliche und soziale leben des alten ägyptens die ruhige lage am fluss die doppelte widmung an mächtige götter und die kunstvollen schnitzereien machen kom ombo zu einem der faszinierendsten orte die sie in ägypten besuchen werden nehmen sie sich zeit um zu erkunden und lassen sie die geschichte dieses bemerkenswerten ortes zu ihnen sprechen während sie an einem ort stehen der seit tausenden von jahren heilig ist